Jo Leute, mein Name ist Alec Valestra, meine Freundin kommt gleich von der Schule, ich habe mir überlegt, ich pranke sie und zwar habe ich schon am Telefon die Nathalie, sag mal hallo Hallo Und wir werden einfach telefonieren und meine Freundin ist krankhaft eifersüchtig, die ist krankhaft eifersüchtig Ich werde einfach mit ihr telefonieren, wir werden vielleicht ein bisschen flirten so am Telefon und danach werde ich ihr gestehen, weil sie wird dann wahrscheinlich reinkommen und sagen so, ja keine Ahnung Man wird direkt sehen, dass sie schlechte Laune hat, jedenfalls werde ich ihr dann erzählen, dass ich was mit Nathalie hatte und dass ich ihr das sowieso noch erzählen wollte und so weiter Und dann gucken wir mal, wie sie reagiert, Katha, wenn du das siehst, es tut mir leid, ich liebe dich, ich tue alles für die Klicks, ansonsten viel Spaß Leute Und Nathalie, wie geht's dir so? Gut, und dir? Ja, auch ganz gut, ich habe ein bisschen Stress mit meiner Freundin die letzten Tage gehabt und so, aber Ja, du weißt doch, wie sie ist, sie ist ein nerviger Mensch einfach Und ja, du bist auch viel cooler als sie, bist du halt wirklich, ich finde dich übrigens auch viel hübscher als sie Dankeschön Ganz ehrlich? Bist du nicht bei ihr zu Hause? Ja, ich bin bei ihr zu Hause, aber sie ist noch an der Schule Und wir müssen... Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß es noch gar nicht so richtig Mir wurde gesagt, dass sie gleich Schluss hat eigentlich und dann sollte sie auch... Ja, okay, cool, ich hatte mich so gerade vor lange Weile, dann können wir ja telefonieren Ja, ich hatte auch vor lange Weile gerade Ohne Witz, ne? Ich hätte so Lust, mich mal wieder mit ihr zu treffen Ja, das müssen wir echt mal wieder machen, das wäre richtig geil gewesen Tschüss, tschau 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 Wer ist das? Niemand, das ist niemand Niemand ist das Das ist niemand Das ist niemand Das ist niemand Dann auch deshalb Ja? Wer ist das? Wo ist das? Hm? Wo ist das? Ah! Dingga, hast du... natalie eine freundin nur so redest du nicht mit freunden als vor der tür gewartet oder ich hab's gehört ich bin noch nicht ich euch von draußen was hast du gehört hast du gehört dass ich gesagt dass sie schöner ist als du eigentlich sagen dass ich dir fremd gegangen wird aber du hast es ja so schon aus spaß hat aber das war spaß guck da ist kamera du hast mein shirt durch kaputt gemacht ja das war 90 euro denn da ist halt nix natalie wenn du das siehst du bist wirklich viel schöner als hatte du zitterst ja voll ich habe es mir so weh getan dankeschön das war das teuerste was ich besitze folgt mir auf instagram und snapchat wenn es euch gefallen hat folgt natürlich ihr auf jeden fall auch dafür dass dieses mitgemacht hat die kleine und abonniert damit die nächste verpasst die nächsten tagen folgen mehr videos mit ihr oder vielleicht folgen noch mehr mit ihr macht's gut leute ciao